Hallo liebe Freunde, ich war in China, hatte meine Mutter Blutdruck gemessen. Du kannst gar nicht glauben, die hat 240 zu 120. Ich habe sie gefragt, geht dir schlecht, schwindelig oder hast du Kopfschmerz? Sagst du gar nicht, sie spürt überhaupt gar nicht. Das ist eine Frage. Viele Menschen, die messen ihren Blutdruck schon 130, fangen schon mit Tabletten gegen Natur zu machen. Du musst nachdenken. Unser Körper kann eigentlich viel Selbstkorrigierung heilen. Nicht zu viel dumm angreifen, das macht deinen Körper, bevor du irgendwas krank, vorher schon vergiftet. Das ist nur ein Nachdenken. Vielen Dank.